Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Titel Alois Erlmayr. So wird sich das Vorzeichen der Revolution erfüllen. Nachdem die Ampelkoalition durch die Entlassung von Bundesfinanzminister Christian Lindner nun ohne eigene Mehrheit im Bundestag dasteht, gibt es im nächsten Jahr Neuwahlen. Abhängig davon, welche politischen Konstellationen sich in der Wahl durchsetzen, könnten unklare Mehrheiten und neue Koalitionen möglicherweise soziale Spannungen, Unruhe und instabile Verhältnisse Vorschub leisten und sich so Erlmayrs Prophezeiungen von Chaos, Unruhe und Revolution erfüllen. In diesem Video möchten wir die Gründe beleuchten, warum eine solche Entwicklung drohen könnte. Erlmayr hat keinerlei Angaben gemacht, wie lang diese Revolution sein kann, sondern sie gehört einfach nur zu dem Ablauf der Vorfolgen und der Vorzeichen. Also das heißt, wenn wir jetzt im Januar Wahlen hätten und im Februar schon Unruhen, wäre das schon ein weiteres Vorzeichen, was sich dadurch erfüllt hätte. Um die Prophezeiungen von Alois Irlmayr richtig zu verstehen, folge uns auf eine interessante Reise. In Band 1, die letzten Tage, die Heerwürmer, die Finsternis und das Schicksal der Deutschen. Band 2, Beweise seiner Gabe, ein Buch voller Beweise, von Zeitzeugen bis hin zu Gerichtsurteilen. 2025, die Endzeit. Im Band 3 blicken wir auf das, was kommt. Diese drei Bücher bieten ihnen die einzigartige Gelegenheit, das Wissen und die Orientierung zu gewinnen, um das Kommende besser zu verstehen und vorbereitet zu sein. Wer die Botschaften Alois Irlmayrs ernst nimmt, wird erkennen, wie wertvoll seine Prophezeiungen sind für die Herausforderungen unserer Zeit und für das eigene Überleben. Mit schwarzem Blick durch den Nebel der Zeit, sah er die Tage, die die Welt entzweit. Alois Irlmayr, so wird sich das Vorzeichen der Revolution erfüllen. Alois Irlmayr sah als eine der letzten Vorzeichen folgendes voraus. Bald darauf folgt die Revolution. Die politische Situation in Deutschland ist derzeit von einer Minderheitsregierung geprägt, was ein Machtvakuum schafft. Infolge der Entlassung von Bundesfinanzminister Christian Lindner verfügt die Ampelkoalition über keine eigene Mehrheit mehr. Die Vertrauensfrage im Bundestag ist nur noch eine Frage der Zeit und das Parlament wird anschließend aufgelöst. Und dann stehen Neuwahlen innerhalb von 60 Tagen bevor. Gerade diese Neuwahlen könnten eigentlich die Chance für eine effizientere und stabilere Regierung bieten. Eigentlich. Aber nicht bei den momentanen Konstellationen, die für die CDU, CSU, die den Kanzler stellen will, überhaupt in Betracht kommen. Denn die aktuellen Entwicklungen deuten darauf hin, dass eine grundlegende positive Veränderung unwahrscheinlich bleibt. Die CDU, CSU präsentiert sich jetzt schon als die designierte Regierungspartei und positioniert Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten. Diese Haltung lässt Zweifel aufkommen, ob hier eine echte Alternative oder eine Verbesserung für die Wählerschaft entsteht. Warum? Ein zentrales Problem bleibt die strikte Abgrenzung der Union gegenüber der AfD, die in der sogenannten Merkel-Doktrin festgeschrieben wurde. Diese besagt, dass jegliche Zusammenarbeit, sei es in Form von Abstimmungen oder Personenwahlen, mit den Stimmen der AfD ausgeschlossen ist. Die Merkel-Doktrin geht auf den Kurs der ehemaligen Bundeskanzlerin Angelika Merkel zurück, die sich nach der Wahl in Thüringen 2018 gegen jegliche Einflussnahme oder Unterstützung durch die AfD aussprach. Durch diese selbst aufgelegten Begrenzungen oder Brandmauer sind aber die realistischen Regierungsoptionen der Union im Falle eines Wahlsiegs stark eingeschränkt. Die CDU könnte genau wegen ihrer Brandmauer zur AfD Schwierigkeiten haben, eine breite Regierungsmehrheit zu erreichen oder stabile politische Lösungen zu entwickeln. Und das in einer Zeit, die politische Stabilität besonders dringlich verlangt. Was passiert also, wenn die Union tatsächlich stärkste Kraft wäre, aber dennoch zur Regierungsfähigkeit einen Koalitionspartner benötigt? Option Nummer 1 Union und FDP bilden eine neue Regierung. Nach der Entlassung des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner aus der Ampelkoalition sorgte eine kryptische Äußerung von ihm für Aufsehen. Sie deutete darauf hin, dass Lindner trotz der schwierigen Umfragewerte der FDP möglicherweise auf eine Rückkehr in die Regierungsverantwortung mit der CDU hofft. Vorausgesetzt, die FDP schafft den Wiedereinzug in den Bundestag. Und ich persönlich halte das für so gut wie unmöglich. Etwas Ähnliches ließ auch Friedrich Merz durchblicken, zwar in einer anderen Form, aber man hätte dies auch so durchaus verstehen können. Allerdings erscheint eine solche Koalition aus mehreren Gründen mehr als schwierig. Erstens hat die FDP zuletzt viel Glaubwürdigkeit eingebüßt, da sie in der Ampelkoalition oft als Kompromisspartei auftrat, die ihre wirtschaftsliberalen Kernanliegen kaum umsetzen konnte. Ob die Partei in einer neuen Regierung unter Führung von CDU-CSU eine stärkere Verhandlungsposition einnehmen könnte, bleibt fraglich. Da auch eine mögliche Zusammenarbeit mit der FDP, sollte sie wieder erwartens in den Bundestag einziehen, nicht automatisch eine stabile Mehrheit garantiert. Zusammengefasst erscheint Lindners Hoffnung auf eine erneute Regierungsbeteiligung sehr unrealistisch. Ich gebe ihm den Tipp, er sollte sich schon mal Umzugskartons packen und schauen, dass er Land gewinnt. Und meiner Meinung nach gehört auch hier ein Ausschuss gebildet. Und ich spule jetzt mal vor und ihm sollte auch eine Zelle bereitgestellt werden. Die Option 2 CDU-CSU und die SPD bilden die neue Regierung. Na toll! Eine Neuauflage einer großen Koalition zwischen CDU, CSU und SPD unter Friedrich Merz wirkt angesichts der aktuellen Lage ebenfalls für wenig realistisch. Und wir hoffen ja wohl mal alle, dass das nicht zustande kommt. Die SPD steht stark in der Kritik in ihrer Rolle in der Ampelkoalition und deren umstrittenen Wirtschafts- und Energiepolitik, die von vielen als Mitverursacher des wirtschaftlichen Aufschwungs und der sozialen Verwerfungen gesehen wird. Die CDU-CSU-Wählerschaft, die eine klare wirtschaftsfreundliche Linie erwartet, dürfte kaum Verständnis dafür haben, ausgerechnet mit einer Partei zu koalieren, die sie als Teil des Problems und nicht der Lösung wahrnimmt. Merz selbst hat mehrfach betont, dass er eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik anstrebt, die sich schwer mit den Vorstellungen der SPD vereinbaren lässt. Merz müsste außerdem befürchten, konservative Wähler zu enttäuschen, die einen klaren Bruch mit dem Kurs der Ampel erwarten. Damit erscheint eine erneute Partnerschaft mit der SPD für die Union sowohl inhaltlich als auch strategisch wenig glaubwürdig. Und ich persönlich sage, das wäre das Schlimmste, was uns passiert. Die Anfangsversager, die diese Scheiße in unserem Land überhaupt eingeläutet haben und die Deppen, die unfähig sind, die gleich wieder weitermachen wollen. Na, Happy Birthday! Es lebe die Revolution! Option Nummer 3 CDU geht mit den Grünen eine Koalition ein. Eine Koalition zwischen CDU und CSU und den Grünen unter Friedrich Merz wäre für viele Wähler ein absolutes No-Go und könnte daher zu erheblichen politischen und sozialen Spannungen führen. Die Grünen stehen in den Augen vieler Wähler als Hauptverantwortliche für die aktuelle Wirtschaftskrise. Arbeitsplatzverluste, hohe Inflation und eine Verschuldung basierende Energie- und Transformationspolitik, die den Mittelstand und die Industrie in Deutschland ruiniert hat. Nicht umsonst schließt VW drei Werke und entlässt genauso wie Audi, BMW und womöglich auch Mercedes und Porsche viele seiner Mitarbeiter. Auch andere Großunternehmen in der Industrie wackeln bedenklich. All dies geht alleine auf den Kurs der Grünen, Wirtschaftspolitik und Habeck zurück. Meiner Meinung nach sollten wir ganz klipp und klar diesen Mann in einen Tunnel einsperren und zumauern. Kein Mensch nach dem Adolf Hitler hat es geschafft, Deutschland so vernichtend darzustellen und wirtschaftlich zu ruinieren wie dieser Habeck. Insbesondere die Grünen stehen unter massiver Kritik und gelten spätestens nach der Bekanntwerden der Krise in der Automobilindustrie als Symbol für Wohlstandsabbau, Arbeitsplatzverlust und völlig unkontrollierte Aussagen zulasten der Bürger. Zudem stehen die Grünen nach Meinung vieler für eine übermäßig liberale Migrationspolitik, die das Sozialsystem extrem strapaziert hat, weswegen ja auch die Zahlen für die Sozialausgaben so rasant explodiert sind. Sollte Merz dennoch eine Koalition mit den Grünen eingehen, würde dies bei seiner Wählerschaft als Verrat an den Werten der Union gewertet. Eine solche Allianz würde kaum als Richtungswechsel verstanden werden, sondern eher als Fortsetzung einer ideologischen getriebenen Politik, die Deutschland aus Sicht vieler in wirtschaftliche und gesellschaftliche Instabilität führt. Diese Entscheidung könnte die CDU- und CSU-Wählerschaft spalten und konservative Bürger vor den Kopf stoßen, die klare wirtschaftliche und soziale Stabilität fordern und kein Verständnis für eine erneute Belastung durch die grüne Agenda hätten. Das Risiko einer Koalition mit den Grünen geht weit über Enttäuschung hinaus. Die Gefahr bestünde, dass sich die Unzufriedenheit der Bürger in massiven Protesten und sozialen Unruhen äußert. Und bei dieser großen Menge an Menschen, die demnächst arbeitslos werden, haben wir auch jede Menge Menschen, die bereit sind, dafür auf die Straße zu gehen. Viele würden eine solche Regierungskonstellation als Missachtung ihrer Forderung nach wirtschaftlicher Erholung und sicherheitspolitischer Rückbesinnung empfinden. Für Merz und die CDU-CSU könnte eine Partnerschaft mit den Grünen daher zur politischen Katastrophe werden, die nicht nur die eigene Basis entfremdet, sondern auch die gesellschaftliche Spaltung und das Risiko von Unruhen und Chaos massiv verstärkt. Fazit Eine mögliche Kanzlerschaft von Friedrich Merz birgt für viele Bürger ernsthafte Risiken, die weit über eine mögliche Koalition mit den Grünen hinausgehen. Merz steht für eine harte, marktgetriebene Politik, die besonders die sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen belastet. Seine Vergangenheit als Deutschlandchef beim Finanzriesen BlackRock, einem globalen agierten Investmentunternehmen, das für seine Beteiligung an aggressiven Finanztransaktionen und umstrittenen Aktiengeschäften bekannt ist, verstärkt dieses Bedenken. Und ich persönlich sage, wir tun also den einen Betrüger durch einen anderen eventuell ersetzen. Denn was er mit BlackRock auch gemacht hat, ist nicht anders als das, was der Scholz mit seiner Cum-Ex-Affäre gemacht hat. Ich hab die Schnauze langsam voll, dass wir hier nur noch Leute kriegen, die lügen und betrügen und du, wenn dein Strafzettel nicht bezahlst, mit 10 Euro wanderst du in den Knast. Auch seine Haltung zur Außenpolitik gibt vielen Leuten zu denken. Merz befürwortet weiterhin die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine und ist bekannt für Aussagen, die auf eine militärische Eskalation gegenüber Russland hindeuten. Solche Positionen wirken angesichts der veränderten internationalen Lage, besonders nach dem politischen Rechtsruck in der USA und der erneuten Präsidentschaft von Donald Trump als hochriskant und wenig umsichtig. Ein Kanzler, der in geopolitischen angesagten Zeiten keinen pragmatischen Umgang mit den Realitäten des internationalen Machtgefüges anstrebt, sondern auf Konfrontation setzt, birgt das Potenzial, Deutschland in eine gefährliche Position zu manövrieren. Eine Kanzlerschaft von Merz könnte damit nicht nur zu einem inneren sozialen Kahlschlag führen, sondern auch die sicherheitspolitische Stabilität Deutschlands gefährden. Die Rolle der AfD Bisher hatte die Partei nur wenig Gelegenheiten, sich in größeren Fernsehformaten zu präsentieren und kämpft weiterhin mit dem langjährigen Image einer zu rechten Ausrichtung, das von vielen Politikern, Journalisten und dem Verfassungsschutz auch immer wieder bekräftigt wurde. Dieses Stigma wird sie wohl nicht so schnell ablegen können, um es als echte Alternative für breite Wählerschichten bei den jetzigen Neuwahlen attraktiv zu werden. Zudem fehlt der Partei, ähnlich wie der CDU, eine klare Aussicht auf mehrheitsfähige Koalitionsoptionen, da ja die Brandmauer der CDU zur AfD eine lösungsorientierte Zusammenarbeit beider konservativen Parteien faktisch ausschließt. Leider bleibt daher zum jetzigen Zeitpunkt eine realistische Umsetzung ihrer politischen Vorstellung in einer möglichen Regierungsverantwortung im derzeitigen politischen Klima zumindest für eher unwahrscheinlich. Aber man weiß ja nie, die Wahrscheinlichkeit erscheint sehr hoch, dass eine neue Regierung unter Merz in einer möglichen Koalition mit den Grünen nicht nur für politische Unruhen, sondern auch für gesellschaftliches Chaos und eine massive Spaltung der Bevölkerung stehen könnte. Und die Möglichkeit steigt, dass sich auch das Vorzeichen, welches Irlmayr voraussah, schneller in 2025 erfüllen könnte, als wir glauben wollen. So, das war's jetzt wieder mit dem Video. Wie immer geht ein herzlicher Dank an all diejenigen, die unseren Kanal Future Whispers mit ihrer Kanalmitgliedschaft und einer Spende unterstützen. Euch allen vielen, vielen Dank. In diesem Sinne bleibt mir nur noch eins zu sagen, bleibt wachsam und gesund. Bis zum nächsten Video. Servus, euer Maik. Doch wir haben gelernt, wir sehen jetzt mehr. Das Böse weicht, das Licht kehrt zurück. Die Menschheit erwacht in einem neuen Glück. Aus der Asche, aus der Nacht steht eine Welt, die wieder lacht. Wir haben gelernt, wir gehen beinand. Das Böse ist dann schnell verbannt. Wir standen am Abgrund, sahen uns nichts. Doch fangen den Mut, der in uns spricht. Gemeinsam erheben wir die Hände zum Licht und bauen die Zukunft.